Nissan spricht von großer Bestellung in Europa. Elon zeigt es ein, bleibt CEO und weitere News zu dem Shareholder-Meeting. General Motors möchte in Cadillac ab 2020 alle Fahrzeuge mit Level 2 bis 3 Autonomie ausstatten. Siemens' full elektrisches Flugzeug stürzt ab und brennt ab, komplett ab, zwei Tote. Und noch vieles mehr in den News jetzt kommend. Herzlich Willkommen zu den Fair News. Ich bin André von Fair und auch diese Woche gibt es wieder einiges zu berichten. Ich möchte mich im ersten Schritt erst einmal bedanken. Ich habe es in der vergangenen Woche geschafft, mein erstes Meilenstein von 100 Abonnenten zu schaffen. Dafür vielen, vielen Dank und für all die treuen Zuschauer. Ihr bestätigt mich nur darin weiterzumachen. Ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert, über jeden Kommentarversuch auch auf jeden einzugehen. Und hoffe, dass mein Stil dem einen oder anderen gefällt. Fangen wir diese Woche gleich mit Nissan an. Nissan hat einen in meinen Augen relativ großen Deal in Europa gemacht. Eine Bestellung von 37.000 neuen Leafs. Das ist noch der Leaf mit der 40 Kilowattstunden Batterie. Und finde ich, ist ein hervorragendes Zeichen, dass dieses Fahrzeug als Kompaktfahrzeug sehr gut am Markt ankommt. Mit seinem Preis-Tag ist er auch für viele erschwinglich. Eigentlich ist es halt um die 30.000 Euro, je nach Ausstattung verfügbar. Und falls ihr euch da mal für interessiert, dieses Fahrzeug Probe zu fahren. Es gibt mehrere Vermieter, wo der jetzt auch verfügbar ist. Und wenn ihr den Podcast von Clean Electric gehört habt oder auch die aktuelle Folge von dem Tesla-Markus, dann wisst ihr, dass Nextmove in Deutschland, ich meine, 16 oder sogar mehr Nissan 2 Leafs bekommen hat. So, dann kommen wir doch auch schon das erste Mal zu Tesla. Es wird diese Woche einige News zu Tesla geben. Das ist eine Info oder eine News, die gab es schon vor dem Shareholder-Meeting, wurde aber auch in dem Shareholder-Meeting nochmal gefragt und angesprochen. Und zwar, wann Tesla auch für das Model 3 eine Leasing-Option einführen wird. Darauf sagte Elon, dass das wohl noch sechs bis neun Monate dauern wird. Es geht in einerseits darum, dass man dafür ein vernünftiges Konzept mit einer Bank im Hintergrund benötigt. Und zum anderen auch, dass hier der Cashflow von Tesla darunter wohl etwas leiden würde. Was natürlich im Moment mit dem Ramp-Up der Produktion und möglichst kosteneffizient zu arbeiten oder beziehungsweise möglichst hohe Margen zu realisieren, etwas konträr läuft. Aber kommt, wie gesagt, ob das dementsprechend auch für Europa heißt, dass das Model 3 in Europa stattgleich eine Leasing-Option dabei ist, ist offen. Sehen wir, wenn es dann weitere News dazu gibt. Ebenfalls vor dem Shareholder-Meeting gab es eine News dazu, dass jetzt die Supercharger auch mit, ich sage das mal, mit Amendments oder mit Zubehör, was man von jeder Tankstelle kennt, ausgestattet werden. So ist es so, dass hier in diesem Fall jetzt bekannt gegeben wird, dass diese Druckluftanlagen mit dazukommen und halt auch etwas um die Fahrzeuge, um die Windschutzscheibe zu reinigen. Ich denke, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. So wie es hier zu sehen ist, das ist dieser größte Supercharger in den USA, der auch diesen Store damit hat. Wer das Video vom Of von TNT Tesla gesehen hat, weiß, dass es da dann auch Getränke, was zu essen gibt. Ebenfalls so eine kleinere Ausstellung von Tesla und Model X da zu sehen ist, also Videos und ich denke, das ist der richtige Weg. Und ja, es wird weitere von solchen Stationen geben. Ob die jetzt an eine bestimmten Hersteller, an ein bestimmtes Ladesystem gekoppelt sein müssen, also dass es immer ein Tesla Supercharger Station ist, lasse ich zu bezweifeln. Ich kann es mir gut vorstellen, dass um so ein Gebäude herum dann dementsprechend die unterschiedlichen Ladeinfrastrukturen und Anbieter sich dann dort niederlassen. Ja, diese Meldung hat mich eigentlich vor dem Shareholder-Meeting, was ich auch komplett in der Nacht geschaut hatte, ein bisschen nervös gemacht. Und zwar ist hier ein Beratungshaus, Second Measure heißen die, hingegangen und hat Kreditkartenabrechnungen analysiert, um herauszufinden, wie das denn aussieht mit den Reservierungen, also wie viele, die damals im April 2016 das Model 3 reserviert haben, auch heute noch zu den Reservierern gehören. Und hier sieht man den orangenen Bereich, das sind die Refunds, also wie groß die Anzahl an Kunden oder an Interessenten ist, die ihre 1000 Dollar Deposit, die sie geleistet haben, sich zurück auszahlen lassen haben. Das Grüne sind hier Purchase Teslas, das heißt, da ist eine Konfiguration rausgegangen oder eine Konfigurationserlaubnis rausgegangen an die Reservierer und die konnten sich ihr Model 3 reservieren und dementsprechend wurde das dann produziert. Und der blaue Balken hier sind die Reservierungen, die dann noch weiterlaufen. Und hier sieht man ganz stark, also man könnte jetzt hier auch dazu hingehen und schauen, welche Informationen, welche News denn in diesen Zeiträumen rausgekommen sind. Und es sind hier jetzt gerade im März und April, ist zweimal die Produktion zum Erliegen gekommen oder wurde kontrolliert, stillgelegt, was geplant war. In den Medien hieß es aber eher, dass es weiterhin Probleme ist, dass man dort nicht mit den Planzahlen hinterherkommt. Hier im März wissen wir, das war Ende Q1. ging es ja auch darum, dass dann die ehemaligen Berechnungen oder Lieferzeitpunkte angepasst worden sind, um ein Vierteljahr, halbes Jahr teilweise in die Zukunft geschoben worden sind. Das ist sicherlich ein großer Teil, der zum Refund geführt hat oder zu der Entscheidung von vielen, sich ein Refund, also eine Gutschrift ihrer 1.000 Euro zu geben und nicht das Fahrzeug zu nehmen. Genauso wie danach dann die aufgetauchten Probleme, in Anführungsstrichen, also wo dann Consumer's Report im Mai das Fahrzeug getestet hat. Im April gab es die ersten Berichte von den Fahrzeugzerlegern, also die hingegangen sind und sich die Fahrzeuge auseinandergenommen haben und geschätzt haben, wie viel so ein Fahrzeug denn wert ist oder zu was es zu produzieren ist. Und dann schwebt ja immer dieser Pleitegeier über Tesla, wenn man den Medien glauben darf, dass sie wahrscheinlich bis die Fahrzeuge produziert sind, eh pleite gegangen sind. wovon ich nicht ausgehe und wo es nachher auch noch zwecks oder um das Shareholder-Meeting rum noch weitere News geben wird. Dazu dann später mehr. So, dann eine etwas traurige Nachricht, die gehört jetzt eigentlich auch nicht zur Elektromobilität, aber mein Ansatz ist halt auch wirklich in die komplette Weiterentwicklung von Transportation zu schauen. Und hier ist es so, dass sich auf dem Markt der vollelektrischen Flugzeuge ein tödlicher Unfall ereignet hat. Das ist ein Prototyp von Siemens, was Siemens mit Magnus zusammen in Ungarn, in der Nähe von Budapest, testet und das Flugzeug ist mit beiden Piloten oder beiden Testpiloten kurz nach dem Start in Flammen aufgegangen und komplett verbrannt. Das ist sicherlich ein Rückschlag. Nichtsdestotrotz ist so etwas gerade in den frühen Stadien von der Forschung möglich. Wichtig ist hier, dass das Flugzeug bzw. der Motor, der in diesem Flugzeug verbaut ist, 260 Kilowatt Output hat und dabei nur 50 Kilo wiegt. So, jetzt kann man überlegen, was das bedeuten würde in Zukunft, wenn diese Motoren oder wenn diese Motorentechnologie sich weiter ausbaut. Sicherlich ist das für Flugzeuge machbar. Es ist aber auch für Fahrzeuge, wo wir heute sagen, dass es noch zu schwierig ist, sie zu elektrifizieren, einen Weg oder vielleicht einen Flaschenöffner, um auch in diese Bereiche zu kommen. Also, ich finde es absolut interessant, das in die Richtung der privaten Luftfahrt hinzubringen, aber sehe das halt auch mit einem interessierten Auge, wie sich nun doch die Elektromotoren weiterentwickeln, wobei immer ja viele Experten sagen, dass da eigentlich gar nicht so ein großer Entwicklungsbedarf oder Entwicklungsstatus sind, wie sich so ein Motor überhaupt weiterentwickeln kann. Bleiben wir gespannt. Ja, das ist auch ein Thema, was von Elon während des Shareholder-Meetings angesprochen worden ist. Also, es wird so sein, dass diese Charting-Stations von Tesla mit Solarpanels überdacht werden und somit am Tag Strom produzieren können. Die sind dann in einem Powerpack oder in einer Powerwall speichern und wenn dann der Strom benötigt wird, um Fahrzeuge zu laden, dementsprechend dann dieser Strom wieder abgegeben werden kann und somit eigentlich 100% erneuerbarer Strom dann dementsprechend auch in die Fahrzeuge fließt. Wir haben hier in Regensburg am BMW-Werk bereits etwas Ähnliches mit zwölf Ladepunkten. Die sind auch dementsprechend unter einem Solar-Roof, das auch diese Batterien lädt und von denen man dann dementsprechend auch den Strom abziehen kann. Finde ich, wie gesagt, absolut der richtige Weg. Ich kann das nur befürworten und ich denke, dass auch vielleicht Supermärkte über so etwas nachdenken sollten, gerade in Regionen, wo es sehr warm ist und wo sehr starke Sonneneinstrahlung ist, einfach weil ich dann zusätzlich zu dem Stromproduktion auch noch Schaden generiere und das dann mehr als nur eine Win-Win-Situation wäre. Ja, ein Thema, was mich diese Woche sehr traurig, aber auch wütend gemacht hat, ist jetzt, wo die OEMs, wo die großen Hersteller feststellen, dass es doch kein Weg darum geht, in Richtung E-Mobilität zu gehen, sie nicht die Möglichkeit haben, ihre Verbrennungsmotoren noch weitere Dekaden zu verkaufen und gegebenenfalls sogar, wie beim Diesel, subventioniert zu bekommen, fängt man jetzt an, so dieses Horrorszenario aufzubauen, dass 75.000 bis 100.000 Jobs davon betroffen sind. Hier wird zum Beispiel die Powertrain von den Fahrzeugen genannt und ich muss einfach sagen, also wenn das die Berater sind oder wenn das die Ergebnisse von hochbezahlten Beratern ist, dass wir, nur weil wir umstellen von Verbrennungsmotoren und Verbrennungs-Powertrains auf elektrische Powertrains 75.000 Jobs verlieren, dann muss ich doch wirklich Fragen denken, die auch irgendwie nach, welche Jobs um die Elektromobilität herum entstehen können. Ich denke da an gut bezahlte Programmierer, die einerseits das User Interface bauen, die Produkte wie virtuelle Kraftwerke aufbauen, um dort Abrechnungen zu machen, wie das Bauen von den Maschinen, die die Elektrofahrzeuge bauen, bis hin zur Forschung von Batterietechnik, Wiederverwertung, also Second-Life-Projekte, wo dann verbrauchte Batterien oder genutzte Batterien für Straßenbeleuchtung, Power-Shortage, also oder Notstromgeräte genutzt werden und, und, und. Also die Liste ist unendlich lang und ich finde es einfach einen absolut falschen Weg, sich dann dahin zu stellen und dann wieder den Deutschen oder den Europäern zu sagen, passt mal auf, wenn ihr elektrisch fahren wollt und sauber fahren wollt, ist das zwar schön und gut, aber denkt auch an euren Nachbarn, der gegebenenfalls seinen Job verliert. Also absolut einen Daumen runter von mir. Ich kann es nicht mehr hören und ich werde nicht aufhören, darüber zu informieren und darüber zu sprechen, bis der Letzte es auch verstanden hat oder mir ein vernünftiges Gegenargument gegeben hat, warum das denn eben nicht funktionieren kann. Dürft ihr gerne auch in den Kommentaren diskutieren. Ich werde mich da sicherlich dann auch mit meiner Meinung oder mit meinen Entscheidungen dazu äußern. Das ist hier ebenfalls vor dem Shareholder-Meeting bereits hier gewesen und zwar wird in Australien aus 50.000 Powerwalls und mehr ein virtuelles Kraftwerk gebaut. Wir wissen noch, im letzten Jahr hatte Elon ja diese, ich nenne es einfach mal, Wette gemacht, dass sie es schaffen, in 100 Tagen den Strom dort unten wieder zum Laufen oder sicherer Laufen zu kriegen, eine große Powerpackstation dort unten aufzubauen und dann in den heißen Monaten, wo viele Klimaanlagen laufen, wo viel mehr Strom verbraucht wird, als, Entschuldigung, teilweise das Stromnetz vertragen kann, eben zu sichern, werden jetzt halt private Haushalte zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengebaut. Dieses virtuelle Kraftwerk muss man sich so vorstellen, dass jede kleine Batterie einen bestimmten Bedarf oder einen bestimmten Anteil seiner Leistung zur freien Verfügung stellt und damit dementsprechend dann Stromspitzen oder Strommindermengen ausgeglichen werden können. Das ist definitiv etwas, was ich ja schon häufiger angesprochen habe, was ich auch für den europäischen Markt sehe. Nicht, weil wir irgendwie mit Blackouts zu rechnen haben, weil wir zu wenig Strom haben, sondern wenn wir komplett auf erneuerbare Energien sind, wir zum Beispiel von Sonne und Wind energieabhängig sind und in einer Region jetzt dementsprechend die Sonne durch ein Gewitter verdeckt ist und die Menge nicht mehr ausreichen und weil der Wind zu stark ist, die Windkraftanlagen runtergefahren werden müssen, dann kann es sein, dass die Herzzahl im Netz variiert und dann müssen diese Minder- und Mehrmengen eben ausgeglichen werden. Da könnten dann solche virtuellen Kraftwerke, es können Fahrzeuge sein, es können Powerwalls sein oder Stromspeicher sein, die das dementsprechend auffangen. Ja, jetzt kommen wir immer dichter auf das Shareholder-Meeting. Hier sehen wir einen weißen Roadster oder Next Generation Roadster, der dort zu sehen war. Es ist in meinen Augen ein unglaublich schickes, ich nenne es mal Hypercar, also fantastisch gelungen, ein absoluter Eyecatcher und ich freue mich schon, diese in zwei, drei Jahren in der freien Wildbahn fahren zu sehen. Und nun kommen wir zum Shareholder-Meeting. Das erste oder beziehungsweise der wichtigste Punkt, der bei diesem Shareholder-Meeting besprochen wurde und auch eingereicht wurde, ich hätte es ja angekündigt, ist, dass es ein oder sogar mehrere Anträge gab, einerseits das Management zu reduzieren und auch einen Antrag Elon Musk als CEO entsprechend von der Position runter zu befehligen und jemanden anders da reinzusetzen. All diese Anträge sind mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Also es bleibt beim Alten, das Management ist auch in der Zahl bestätigt worden, wie es jetzt ist und auch Elon Musk ist dementsprechend bestätigt worden. Und jetzt kommen wir zu den genialen Nachrichten aus diesem Shareholder-Meeting in Richtung Model 3. Also zum einen ist es so, dass die Produktion jetzt nach und nach in den Prozentsätzen oder in den Schritten wächst, wie es mal geplant war. Es laufen jetzt zwei Produktionsstraßen, eine dritte wird gerade aufgebaut und somit steigt die Produktion. Und das Tesla Model 3 ist das bestverkaufte Premium Mid-Size-Sedan, also in der Klasse wie ein 3er BMW oder eine C-Klasse in den USA. Hier sieht man das ganz stark, wie hier sie ansteigen. Und man sieht, wie die anderen hier, zum Beispiel BMW, Audi stagniert eigentlich ein bisschen, aber BMW verliert wirklich an Boden und auch Lexus verliert an Boden, die halt wirklich als Garanten in diesem Premium Mid-Size-Market liegen. Es werden bereits 500 Fahrzeuge pro Tag gebaut. Das Ziel ist ja, dass wir bis Ende Quartal 2000 oder zweites Quartal 2018 die 5000 Fahrzeuge bereinigt. Also das heißt, nicht mehr mit Fehlern behaftet, sondern rein fertig produzierte Fahrzeuge pro Woche, die auch rausgehen, hinbekommen. Und das hat Elon Musk gesagt, sind sie absolut in der, in Möglichkeiten das hinzubekommen. Und wenn diese 5000 Fahrzeuge pro Woche produziert werden, dann wird es auch die Produktion von den neuen Varianten, also sprich Dualmotor und auch dem Performance-Modell als allererstes ergeben. Es wird, und jetzt kommen wir zu den genialen Aussagen, die dann in der Frage- und Antwortrunde mit Elon passiert sind, noch in diesem Monat in Nordamerika in den Tesla-Stores die Möglichkeit geben, das Model 3-Probe zu fahren. Also es heißt, alle, die eine Reservierung gemacht haben und noch nicht es konfigurieren konnten und es bekommen haben und vielleicht auch weite Wege gefahren sind, um es sich irgendwie mal in einem Showroom nur anzusehen, bekommen jetzt noch in diesem Monat die Möglichkeit, Probefahrten in den USA auszumachen, um dann zu sehen, was für ein geniales Fahrzeug auf sie dazu kommt. Bisher war es nur über die Vermietungsseite Turo möglich. Turo ist halt auch aktuell ein guter Weg, auch für Interessenten außerhalb der USA an diese Fahrzeuge zu kommen und diese zu mieten, weil dort Privatpersonen diese Fahrzeuge dementsprechend euch dann zur Verfügung stellen können und ihr dann, genau wie bei einer normalen Vermietung, dann einen Tagessatz für dieses Fahrzeug zahlt. Wie gesagt, aber dann, ihr wisst, ihr reserviert ein Model 3 und ihr bekommt ein Model 3. Eine geniale Aktion. Ich werde in knapp vier Wochen in den USA sein und werde jetzt eine Reservierung für ein Model 3 über Turo machen, aber gleichzeitig auch probieren, dann in Atlanta, wo ich dann sein werde, in einem Tesla-Store eine Probefahrt mit einem Model 3 noch zu organisieren, einfach um für mich auch diese Bestätigung nochmal zu kriegen über die Videos, die ich bereits gesehen habe, zu wissen, dass das Fahrten sich weiterhin lohnt und ich mich nicht nach einer Alternative umsehen muss oder gegebenenfalls, wo ich auch immer wieder dran denke, doch ein Model S gebraucht zu kaufen. Ja, es gab auch bei dem Shareholder-Meeting, hier sieht man es nur ganz schwach, weil es war eins von drei Bildern, die auf einem Slide, der präsentiert wurde, zu sehen waren, ein neues Bild von dem Model Y. Das Model Y wird frühestens im nächsten Jahr, also Elon hat mal so gesagt, am 15. März nächsten Jahres vorgestellt und während der Präsentation oder beziehungsweise Frage- und Antwortrunde war auch eine Doktorin da, die an Elon die Frage gestellt hat, wann sie denn aufhören würden, echtes Leder für die Lenkräder und den Power-Shift-Button, also den Schaltung zu nutzen. Dann hat Elon erst mal gescherzt, dass es eigentlich in einem Tesla diesen Schalter mit dem Leder gar nicht gibt, aber er hatte auch zu bedenken gegeben, dass das Model Y vielleicht überhaupt gar keinen Lenkrad mehr benötigt. Also es gilt noch als Joke, aber wir wissen, wie diese Ankündigung von Elon teilweise dann auch sich in die Realität entwickeln und das wäre schon ein Quantensprung, wenn wir wirklich 2019 dieses Model Y vorgestellt bekommen, mit der Möglichkeit, das ohne Lenkrad zu fahren und dann gehen wir mal wieder von dem gleichen Start- und Produktionsaufbau wie beim Model 3 aus, dann zwei bis zweieinhalb Jahre später so ein Fahrzeug dann in der Produktion und ausgeliefert wird. Also absolut geniale Geschichte. Ja, auch zu den Superchargern der Version 3 hatten wir ja schon einige Nachrichten gegeben und die sollen so sicher sein, dass sie selbst eine Zombie-Apokalypse überleben könnten, ist da wieder auch ein Spruch, den Elon in dieser Frage und Antwortrunde gebracht hat. Nochmals bestätigt, dass er es nicht sieht, dass sie mit den Ultra-Fast-Charging-Netzwerken konkurrieren. Sie werden die Leistung, die Kilowattstundenleistung erhöhen. Es sind wieder so 200 bis 250 Kilowatt im Gespräch und es wurde da auch nochmal darauf eingegangen, dass das eigentlich auch vollkommen ausreichend ist, weil wir dann so von 15 bis 20 Minuten von 0 auf 80 Prozent Ladestatus sprechen würden. Also da sagte Elon auch, das ist wahrscheinlich schneller, als man sich seinen Sandwich geholt hat und auf der Toilette gewesen ist. Also somit absolut zukunftstauglich und absolut alltagstauglich. zusätzlich wurde auch bei diesem Shareholder-Meeting ein Update von dem Autopilot angesprochen, welches einen riesigen Schritt in die autonome Zukunft machen soll. Es kommt nachher noch ein weiterer Artikel, meine ich, weil ich kurz bevor ich jetzt gestartet habe, die Sendung, noch eine Nachricht gesehen habe, dass das Release oder beziehungsweise das Update jetzt langsam gepusht wird. Interessenten können sich es ja jetzt mit dieser Pull-Funktion selber ziehen und selber entscheiden, dass sie es jetzt schon haben wollen und nicht erst darauf warten, wenn ihr Fahrzeug in dem Batch drin ist, was dann dieses Update über die Over-the-Air angeboten bekommt. Also von daher, wir haben lange darauf gewartet, es kommt jetzt endlich und es soll viele Neuerungen bringen, viele Verbesserungen bringen. Tesla wird noch diesen Monat oder bis Ende diesem Monat eigene Body-Shops oder beziehungsweise auch Body-Shops lizenzieren, bei denen es so sein wird, dass die Servicezeiten reduziert werden sollen und es viele Same-Day-Repairs geben. Also man bringt das Fahrzeug morgens rein und abends ist das bereits wieder repariert, womit Elon extrem auf die Beschwerden eingeht, dass das teilweise Probleme ist, Ersatzteile zu bekommen, teilweise sehr lange solche Reparaturen sich hinziehen und damit soll dementsprechend der Service von Tesla beschleunigt werden. Wir wissen ja auch, dass in Europa über Partnerwerkstätten, über ATU gesprochen wird, schon seit längerer Zeit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch weitere freie Werkstätten dazukommen oder Werkstätten Verbände dann vielleicht nicht immer nur exklusiv für Tesla, sondern wirklich auch für alle weiteren Elektrofahrzeuge, die dann dementsprechend diese Schulung auch bekommen haben. Ja, ich sprach es vorhin eingangs ein, Cadillac hat diese Woche bekannt gegeben, dass ab 2020 alle Fahrzeuge von GM mit dem Autopilot oder sie nennen es Supercruise ausgestattet werden wird, was in der Richtung Level 2 bis Level 3 autonomes Fahren gehen soll. Hier ist ein Video drin, wo dieses Superdrive nochmal getestet wird. Es hat, macht anfangs extreme Probleme, dass er wirklich kontinuierlich weiterfährt, aber es ist der richtige Weg. Ich denke, dass so ein Thema wie Autopilot oder hier Supercruise in 2 bis 5 Jahren zu einer Ausstattung in einem Fahrzeug wird, was normal ist, wie bei uns der heutige Tempomat, ist einfach nur, dass diese Funktionen, die da zusätzlich kommen, wie Straßenschilder lesen, wie Verkehrsmarkierungen lesen, wie über die Karte wissen, wie der Verkehr sich dort verhält oder ob es da auf, bergauf, bergab geht und so weiter und so fort, dass das einfach zusätzliche Datenpunkte sind und Datenmengel sein werden, die in diese Lösung mit einfließen werden. Ja, Porsche hat sich mal wieder gemeldet, sie finden es nicht so toll, als Tesla-Killer benannt zu werden, also sie sagen eigentlich eher, das Fahrzeug soll kein Tesla-Killer sein, sondern das soll so nah an dem Fahrerlebnis und an der Qualität eines Porsches sein, wie nun eben möglich. Ich hatte letzte Woche in den News, der hat darauf hingewiesen, dass es aktuell nicht möglich ist, überhaupt ein Fahrzeug bei Porsche zu konfigurieren, man bekommt dann im Konfigurator sofort die Fehlermeldung, dass man entweder in seinem Porsche-Zentrum vorbeifahren soll und sich dort Lagerfahrzeuge oder auf dem Gebrauchtwagenmarkt angucken soll, aber momentan bekommen sie keine Fahrzeuge durch den Konfigurator durch, was mit dieser neuen Abgasnorm wie LTP zusammenhängt und die Autohersteller es eigentlich verpasst haben, diese Zertifizierung zeitnah anzugehen, also es ist jetzt nichts, was irgendwie vom Baum gepurzelt ist und ja, wo sie keine Chance hätten, das einzuhalten, sondern es geht hier wirklich darum, um realistische Werte, realistische Alltagswerte bei den Verbrauchern darzustellen und anscheinend hat man das, wie gesagt, nicht nur versäumt, sondern wirklich auch fahrlässig dieses Thema sich nicht angenommen. Wie gesagt, ich klicke hier gerade durch die neuen Bilder durch, von diesem CUV. Ich finde es ein interessantes Konzept, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Fahrzeug auch genügend Abnehmer oder Interessenten finden wird, gucken wir aber wirklich mal, wie das Fahrzeug dann wirklich in der Serienvariante aussieht und was es dann kosten soll. Weil, also ich gehe jetzt schon fast von etwas um die 170.000, 180.000 Euro Einstiegsgebot für so ein Fahrzeug aus. Ja, ihr habt es jetzt gerade auch schon gemerkt, die Aussagen, die auf dem Shareholder-Meeting von Elon gekommen sind, waren so überzeugend und ich fand ihn auch so nahbar, also dass er auf die Themen eingegangen ist, dass sich das auch an der Börse bemerkbar gemacht hat und zwar ist an dem folgenden Tag die Aktie um teilweise weit über 10% am Tag gestiegen und das ist absolut genau das, wie es an der Börse nun mal so läuft, es werden dort Nachrichten, Zukunftsprognosen gehandelt und wenn es nur immer negative Presse gibt, dann verliert vielleicht ein Investor oder ein Interessent, der an die Marke oder an die Produkte glaubt, dann auch mal seinen Wunsch oder sein Vertrauen und hier ist es dann wirklich in diesem Shareholder-Meeting dieses Vertrauen wieder aufgebaut worden und sicherlich ist ein Punkt davon, dass Elon gesagt hat, dass entweder Ende Q3 diesen Jahres, also 2018, spätestens aber Q4 diesen Jahres Tesla ein positives Geschäftsergebnis machen wird, das heißt, dass sie aus den roten Zahlen rauskommen, also dass sie mehr verdienen, als sie ausgeben, das heißt noch lange nicht, dass das ein großer Gewinn ist, aber das ist der erste Schritt in die Gewinnzone, das ist der erste Schritt, dass Investitionen in Forschung, Entwicklung, die Produktionsstraßen sich jetzt auszahlen und wenn dann diese Produktionen immer noch weiter steigen, so wie sie eigentlich prognostiziert sind, Elon ja auch angesprochen hat, dass die nächste Gigafactory in China gebaut wird und danach dann eine in Europa und der Standort in Europa soll noch dieses Jahr mitgeteilt werden, dann sieht man, was dort bei Tesla eigentlich geplant wird, auch an Stückzahlen in den nächsten Jahren zu bringen und das könnte dann wirklich jetzt so dieser sagen wir mal der Bergweg gewesen sein oder Bergtag gewesen sein, wo es der höchste Punkt war, den Tesla erklären müsste, wo es jetzt runter geht und wo es dann wirklich dann auch diese Ausrede oder diese Zweifel immer, ja, wer weiß, wie lange es Tesla noch geben wird, bevor sie pleite sind, so langsam eine ziemlich lange Nase bekommen hat und auch nicht mehr allgemeingültig sein kann. Ja, Daimler hat zusammen mit seinem Freightliner Unternehmen einen vollelektrischen Semi-Truck vorgestellt, zusätzlich auch ein LKW, das ist dieses Teil hier daneben, was rein elektrisch fährt, diese Fahrzeuge sollen so um die 125 Meilen weit kommen und sie haben nochmals gesagt, dass sie es nicht glauben, dass sie wirklich davon ausgehen, dass entweder Tesla lügt oder sie es irgendwie hingekriegt haben, dass sie die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt haben, weil sie es nicht verstehen, wie die Fahrzeuge von Tesla 500 Meilen mit einer Ladung schaffen sollen und interessant ist dazu, dass Elon Musk auf dem Shareholder Meeting gesagt hat, dass sie sehr sicher sind, dass diese Spezifikationen oder die Details zu den Spezifikationen von dem Tesla Semi-Truck noch übertroffen und übertrumpft werden können. Sie sprachen es auch an, letzte Woche ist ja schon der erste Sprung in der Batterietechnologie entstanden, sie sagten aber auch, dass sie sehr nah daran sind, eine Bekanntgabe in der Entwicklung von der Zellen Entwicklung mit ihrem Partner Panasonic zu geben. Also es kann sein, aber das müsste schon ein riesiger Schritt sein, damit der dann auch Daimler wieder recht geben würde. Ich finde dieses Thema so spannend, ich kann es einfach gar nicht glauben, auch, dass jemand auf Daimler-Seite solche Aussagen treffen kann oder treffen darf, dass sie meinen, dass Tesla lügt oder sie die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt haben, weil sie einfach komplett Clueless sind und nicht wissen, wie sie das hingekriegt haben sollen. In anderen Nachrichten sprechen sie immer davon, dass Tesla dieses Startup-Unternehmen aus Kalifornien ist, was ja erst nie schaffen wird, eine schwarze Null zu schreiben. Das ist so etwas, was im Moment für mich absolut interessant zu verfolgen ist und was mir nicht in den Kopf geht, wie ein Daimler solche Äußerungen treffen kann. Kommen wir zu General Motors und Honda nochmal. Und zwar geht es hier darum, und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die logisch ist und die wir wahrscheinlich noch häufiger sehen werden, die sich zusammenschließen, Partnern und den Next Generation Batteries bauen wollen, also die zukünftigen Batterien für ihre zu elektrifizierenden Fahrzeuge als eine modulare Basis aufbauen wollen und diese dementsprechend dann in ihren Fahrzeugen bringen wollen. Ist absolut gerechtfertigt, macht absolut Sinn, hier nicht immer nur alleine zu forschen, sondern sich da dann mit anderen starken Partnern zusammenzusetzen. von Honda hatten wir ja in den vergangenen zwei Wochen auch mitbekommen, dass sie jetzt endlich das erste vollelektrische Fahrzeug vorgestellt haben, was sie bringen wollen und das dann auch zu einem Preis, der halt für viele lukrativ ist und da muss natürlich dann auch wirklich die kompletten Materialien, Rohstoffe, Baugruppen, die sie verbauen, wie auch die Batterie-Packs zu absolut Kampfpreisen verfügbar sein für sie. Ja, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Tesla wieder viele neue Executives einstellen konnte, jetzt sprechen sie davon, dass sie einen weiteren Senior Executive verlieren, der zu dem Startup-Unternehmen Plenty geht. Kann man jetzt sagen, ist nicht wirklich interessant, nur dieses Startup-Unternehmen Plenty hat schon mehrere hochrangige Executives von Tesla abgeworben und interessant ist halt hier wirklich, dass es diesen Executives darum geht, diese Problematik der Produktion oder des Verfahrens, wie man halt auch hier zum Beispiel mit neuen Wegen, ohne Pestizide, ohne Chemie, ohne Genmanipulation, Rohstoffe wie Salate, wie alles mögliche Grünzeug wachsen kann und damit sozusagen den Hunger der Welt auch stillen kann, sie das als eine ähnliche Herausforderung sehen, wie zum Beispiel die Produktion aufzubauen bei Tesla. Ich habe mir die Seite angeguckt, ich finde es absolut interessant, leider ist da nicht ganz so viel bisher zu sehen, aber ich bin gespannt, was fertige Produkte sein können oder marktfähige Produkte von Plenty sein könnten, die dann auf den Markt kommen. Ja, die NTSB, das ist die Aufsichtsbehörde in den USA, die diesen Fall mit dem Tesla Model X untersucht haben, erst gemeinsam mit Tesla und dann haben sie sich ja entschieden, nicht mehr mit Tesla zusammenzuarbeiten, weil Tesla bereits Informationen verteilt hatte oder bekannt gegeben hatte, die im Lock drin waren und dieses NTSB wollte erst einmal weiter forschen und da hatte dann Elon Musk darauf gesagt, dass sie das nicht machen werden, dass sie Daten zurückhalten, sondern sie arbeiten da offen und hier ist ein Auszug, was sie festgestellt haben, wie dieses Vorgehen war und interessant ist hier eigentlich die letzten zwei Punkte, also vier Sekunden vor dem Crash war das Fahrzeug zwar noch im Auto Pilot Modus folgte aber kein vorderen Fahrzeug mehr und drei Sekunden vorher, also es sind schon mehrere Warnungen akustisch und auch visuell eingegangen, drei Sekunden vorher soll es wohl so gewesen sein, dass die Geschwindigkeit von 62 Meilen auf über 70 erhöht worden sind und es auch nicht irgendwie zu einem Bremsvorgang oder zu einer Verzögerung dabei gekommen ist oder zu irgendwelchen Gegenlenkbewegungen, aber auch hier ist interessant, das ist noch kein finaler Abschlussbericht, also sie versuchen halt noch weiter an Daten ranzukommen und das weiter zu rekonstruieren, es bleibt da halt weiterhin offen, aber so wie das aussieht, ist es jetzt kein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es kein Versagen des Autopiloten hier gewesen ist, sondern es kann zu einem Unfall im Fahrzeug gekommen ist, also dass jemand ohnmächtig geworden ist oder oder oder, aber es kann wohl nicht auf die Autopilot-Technologie hier geschoben werden. Ja, interessant ist, bei dem Shareholder-Meeting hieß es ja nochmal, oder hat sich Elon Musk ja auch nochmal erklärt, warum es zu diesen Problemen bei dem Bottlenecks oder bei den Verzögerungen des Aufbaus der Model 3 Produktion gekommen ist. Heute ist nochmal eine neue Mitteilung gekommen, also die Bodyline von Model 3 ist heute, also es ist auch einer der Gründe für diesen Aufbau dieser neuen Produktionsstraßen jetzt bei 95% Automatisierung angekommen. Also es heißt, es gibt dementsprechend Bereiche, wo ein hoher Grad an Automatisierung auch möglich ist. Es ist aber auch so, dass es einfach Bereiche gibt, bei denen die menschliche Arbeitskraft einfach unabdinglich ist. Kurze Mitteilung nochmal zu dem Tesla Next Generation Roadster. Dieser soll einen Augmented Mode haben. Dieser soll eigentlich durch Computer Rechenpower es dem Fahrer ermöglichen, mit dieser Power, die dieses Fahrzeug hat, klar zu kommen und das kontrollierbar zu machen oder auch händelbar zu machen. Finde ich einen interessanten Ansatz, also dass es dort wirklich Unterstützung gibt. Vielleicht ist da dann auch dementsprechend langsam ein zusätzlicher Führerschein notwendig, um solche ja doch ultraschnellen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr steuern zu können. Also bleibt interessant. Ich finde das Fahrzeug nach wie vor sehr spannend und freue mich nach wie vor es irgendwann mal live zu sehen. Ja, und hier ist genau die Mitteilung, die ich vorhin schon sagte, das ist heute gekommen. Also die neue Autopilot Update Software ist jetzt draußen mit extremen Erweiterungen. So ist es so, dass zusätzliche Features oder beziehungsweise zusätzliche Informationen auch jetzt im Display angezeigt werden über die Lanes. Also es werden auch neue Verkehrsteilnehmer dementsprechend dargestellt und es ist jetzt wirklich abzuwarten inwieweit auch dieses System lernt und wie ausgeklügelt es dann in den nächsten Wochen und Monaten sein wird. Kommen wir jetzt zur letzten Mitteilung und zwar Kia hat sein Niro Full Electric vorgestellt. Ihr wisst hoffentlich oder ihr wisst wahrscheinlich dass Kia zusammen zu Hyundai gehört und das Fahrzeug dementsprechend dem Hyundai Kona EV sehr nahe kommt. Also es ist halt auch so ein kompakt SUV Fahrzeug oder kompakt Utility Fahrzeug die sich auch von außen sehr ähneln. Ebenfalls sind die Spezifikationen sehr ähnlich. Die Frage wird auch hier sein wie sie es mit deren Batteriezulieferern hinbekommen die entsprechende Stückzahlen hin zu kriegen weil sie heute schon extreme Probleme haben für die bestehenden Modelle bei Hyundai und bei Kia diese Batteriemodelle zu kriegen Ansonsten macht es mich hier auch wieder sehr glücklich es wird auch wieder ein Fahrzeug in der 30.000 Euro Range sein mit der Kleinstbatterie also eine 39,2 Kilowattstunden Lithium Polymer Batterie die über 300 Kilometer nach WLTPS schaffen soll. Also das ist dann wie gesagt auch der neue Wert an den 40% von abziehen sondern das sind dann wirklich alltags nahe Werte sind wir somit auch am Ende angekommen ich möchte noch einmal auf das Video hier oben hinkommen und zwar ist es eine Aktion die der Robin von Robin TV gestern ins Leben gerufen hat hier geht es um die Frage was bedeutet Elektromobilität für mich da habe ich etwas zu gesagt und das Ganze wird dann mit dem Hashtag Immobilisieren verlinkt und ich habe dann den Tesla Chaot und den Fokker von Fok Mocker nominiert dass die dementsprechend auch dazu ein kurzes Video machen und das zeigen ansonsten vielen vielen Dank nochmals für die über 100 Abonnenten lasst mir eure Kommentare da gerne auch Kritik daraus kann ich lernen und werde besser und ansonsten wünsche ich und wie immer bleibt fair und bis zum nächsten Mal Ciao